Das Tool unserer Wahl heißt QGIS oder Quantum GIS. Kann man sich auf der QGIS.org Webseite runterladen. Ist aktuell die Version 302 für oder basierend auf Python 3.6. Und man braucht das komplette GDAL Package. Das wird alles in dem Installer mitgeliefert. Man hat hier also, wenn man sich das zumindest für Mac runterlädt, hier ein komplettes Package. Es muss erst Python 3.6 installiert sein, danach das GDAL Package komplett und dann QGIS 3. Was wir brauchen ist bei den Rastereigenschaften den Georeferenzierer. Es ist irgendwie ein Bug gerade noch. Man muss hier auf Installierte gehen und dann kann man den hier aktivieren und findet dann hier das Georeferenzierungstool. Und das ist das, worum es sich hier dreht. Das benötigen wir.